Corporate Design oder visuelle Identität oder grafisches Branding. All diese großen Worte beschreiben das Gleiche. Die Herstellung einer visuellen Bindung zwischen Ihrem Geschäft und den Menschen, die mit ihm verbunden sind. Angestellte, Auftragsnehmer, Partner und am wichtigsten Ihre Kunden. Warum ist das wichtig? Nun ja, Firma, Geschäft oder Marke sind nur abstrakte Begriffe, richtig? Bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie diesen Begriffen eine visuelle Form geben, die Sie nach außen hin repräsentieren soll. Weil dies der Weg ist, damit die Menschen sich an Sie erinnern und von der Konkurrenz unterscheiden können. Es geht hier aber nicht nur um das Logo. Die Suche nach der perfekten visuellen Identität beginnt damit, die Firmenfarben, Schriftarten und Grundformen auszusuchen. Basierend auf diesen Schlüsselelementen wird dann ein Logo erstellt. Natürlich, eine IT-Sicherheitsfirma wird sicherlich ein anderes Set verwenden als eine Non-Profit-Umweltorganisation. Jetzt müssen alle zusätzlichen Materialien wie Drucke, Merchandise auf diesen grafischen Fundamenten erstellt werden. So Briefköpfe, Briefumschläge, Visitenkarten, Tassen, T-Shirts und selbst Autos. Alle diese Dinge sollten sich an den vorher definierten Richtlinien orientieren. So bauen Sie Konsistenz in den visuellen Komponenten Ihrer Firma auf, die Ihre Reputation und Markenerkennung maßgeblich beeinflussen. Kurz gesagt, Sie sind an der richtigen Stelle angekommen, denn wir tun genau das, was oben beschrieben wird. Zusammen mit Ihrer Hilfe wählen wir die richtigen Kernelemente für Ihr Branding aus, designen ein attraktives Logo für Ihre Branche und erstellen alle zusätzlich notwendigen Materialien. Mit Erstellen meinen wir, dass wir für Sie alles erledigen können, selbst den Druck. Sie erhalten dann nur die fertigen Ergebnisse von uns. Worauf warten Sie noch? Kontaktieren Sie uns noch heute und geben Sie Ihrem Geschäft einen aussagekräftigen Look.